Ach guck mal, Invasion der Silbermenschen. Wer ist er denn? Einen wunderschönen guten Tag. Der einzig wahre, ich grüß dich. Ach, der Eiernacken. Der Eiernacken, jawohl. Na, kommst du jetzt auch auf die gute Seite der Macht? Interessierst dich mittlerweile für Logitrans Fahrzeuge, oder wann? Äh, nee, vom IT der Herr hier, der Herr hat mir sein Auto gerade kurz gegeben. Ich wollte mal gucken, wie der so ist. Ja. Ja. Und ich bin immer schon auf der guten Seite gewesen, der Herr. Aha. Oder haben sie mich schon mal gesehen, dass ich Blödsinn gebaut habe? Was? Ähm, boah, da fällt mir ad hoc sehr viel ein, ja. Naja. Ja, Mensch. Ja, und wann treibst du noch? Ja, gleich geht mein Flieger nach Verdanks und dann, äh, ja. Meiner geht auch bald. Ich hab dann noch, ich hab da noch eine Einsatzleitung zu machen. Eine Einsatzleitung? Ja, also ich hab da halt einen Einsatz, äh, so, ähm, ja, kopfmäßig so. Ähm, lustig hier. Ja, mit meinem Bruder zusammen, Chappi, Pelino und, ja, wir müssen gleich zum Airfield und losfliegen. Ja, 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 ja. Ja, Leitstellenspiel, das, äh, kenne ich. Ja, das ist so. Äh, nee, ich hab heute wieder genug gelacht, das reicht. Ja. Ja. Sie sind Mitarbeiter vom PT? Ja. Merkt man gar nicht bei ihrer Arbeitsmoral. Ich wär Kunde. Ich bin ja auch nicht der Juni. Also muss ich mir jetzt selber Hand anlegen, oder was? Ja, so wie immer, ne? Ich dachte, ich find hier ne hübsche Blonde, aber nur, was sagst du ja? Ei, ei, ei. Alter, Filo. Er ist außer Dienst, Alter. Das ist ja wieder, das ist ja wieder prickelnde Sahne. Er ist, sagst du. Untertitelung des ZDF, 2020 Hat er nicht gemacht? Untertitelung des ZDF, 2020 Hat er nicht gemacht? Untertitelung des ZDF, 2020